Als wir erfahren haben, dass Jan Philipp diese Erkrankung hat, das war natürlich zunächst mal wie ein Weltuntergang. Auf der Suche nach Unterstützung bin ich dann auf die Deutsche Muskelschundhilfe gestoßen, habe dort mich erst mal beraten lassen und habe einfach den Stier bei den Hörnern gepackt und habe gesagt, okay, Krankheit, du bist jetzt da, wir können das nicht ändern, aber wir geben den Ton an, wir sagen, dass wir trotzdem glücklich sein werden. Und jetzt viel Glück mit ihrem Megalos. 10 Euro gewinnen die Megalose mit den Endziffern 8 5, 1000 Euro fallen auf die 9 6 6 1, 10.000 Euro auf die 6 4 8 5 3, 100.000 Euro auf die 4 9 6 6 5 0 und den Höchstgewinn von einer Million Euro im ersten Rang gewinnen die Megalose mit den Endziffern 1 2 2 7 8 1 3. Spielen Sie mit und helfen Sie Ihren Mitmenschen.